Okay, den ersten mache ich einen Hit und den nächsten nicht mehr. Ich bin im Beyblade. Ich habe einen Einhorn. Lol, er hat wirklich einen Einhorn. Einen evil Einhorn. Dann musst du auf Twitch bloß BattleRide followen, dann kriegst du das. Oh, der schießt. Oh, das ist mein Cowder. Oh, pass auf, ich komme dann clean. Ja. Hä, habe ich ihm dann gerade den Schild gegeben? Oh, immer wenn ich dann... Nein. Seh dich nicht. Sie holen sich Ding ins. Lol. Nein. Oh, Mann. Na, natürlich gebe ich dir das Schild. Oh. Oh, ich wollte gerade das Schild geben. Nein. Oh, er macht Ultimate. Ich habe Ulti ready, Marvin. Ja, Ben. Ja, ich nicht, ich habe es schon gemacht. Och, jetzt habe ich aus Versehen R gedrückt, weil ich dachte, Ulti so. Aha. Nein. Das ist schlecht für uns. Ja. Nice. Nein, du hast ihn angegriffen. Nein, du hast ihn angegriffen. Ich wusste nicht, was du machst. Der hat gekontert. Kann das ja nicht riechen. Tack. Sehr schön. Ich wollte gerade ein Last Hit geben und da hast du ihm den Konto ermöglicht, deswegen. Schon wieder habe ich meine Ulti nicht rausgebracht. Ich hatte sie ready, ey, aber dann drück ich es R. Maman ist einfach gestorben, trotzdem MVP. Ja, ich habe nichts gehittet, wirklich. Ich habe nicht einen Vierfall gehittet, so. Das war schrecklich. Der Held ist gar nicht so mächtig, den ich hier habe. Das ist schwierig, die Autohit zu treffen. Der ist nicht so lang. Ja, bei mir auch. Der ist sogar, glaube ich, einen Tick länger, aber ja. Ja. Aber diesmal haben sie mich nicht gefokust, das war in Ordnung. Nächstmal muss ich nur noch kippen dann und dann geht das. Aber wollt ihr halt wieder Double melee haben. Oh, ich habe direkt kassiert. Plopp. Hinter uns, ne? Geh weg von mir! Wo ist er denn? Da oben. Oh, da chillt war gut auf dir, ey. Oh fuck. Wo ist er denn? Ach da. Ich wollte den Orb hier haben. Ja. Ich habe ihn doch getroffen. Mach doch Schild. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich habe ihn angekillt. Alles klar. Habe ich irgendwas mit der Ulti bewirkt? Aber komm, das kriegst du hin. Ah, ihr seid zu zweit, what the fuck? Nein, ihr wollt Q drücken! Fuck! Nimm doch! Ich wollte gerade sagen, das nicht. Der Cooldown ist auch viel zu hoch vor dem Schild, ey. Elf Sekunden, ich bitte dich. Das stimmt, die anderen Ausweichfähigkeiten haben irgendwie weniger. Das ist mein Schild so, weißt du? Das ist mein Schild so, weißt du? Rechtsklick heilt dich, ne? Lol. Toll. Also, Miramage ist ja richtig langweilig. Wieso? Du musst halt zeigen, dass du der Bessere bist. Kann ich aber nicht. Hast du doch gesehen. Ihr wart beide gleich schlecht. Du hättest halt versuchen können. Was hab ich denn nicht hier? Lockdown. Aha. Gib dir Schild, wenn du reingehst. Läuft. Ja, ist klar. Warum steig behindert? Oh, woops. Das war falsch. Das wollte ich gar nicht. Da ist einer fast tot. Ja. Aber leider nur fast. Jetzt ist er tot. Oh, ich hab ihn geführt. Was? Ich hab ihn bekommen. Wohlsam. Nein. Ich glaub ich gefällt. Meine ganz komplette Ulti ist nichts. Ich hab zwei Ultis machen können die Runde und mich voll zerfetzt. Ich nicht. Ich hab keine Ulti gemacht. Naja, ich hab auch keine Ulti gemacht. Nur nur useless. Ich hab nur zwei Leute gefinisht. Ich hab mich da gerengert. Ich hab diesen range, diesen komischen Typen da vorne, diesen oberen, ne? Ich hab ihn einfach die ganze Zeit gehauen. Der ist auch das einfachste Ziel für dich. Ja. Drauf, drauf, drauf und rechtblick. Der hat keinen Konto, der dich stunnt oder so ne Scheiße. Ja, hab ich gemerkt. Die andere? Ich hab recht gleich wieder. Soll ich das dies ausmachen. Ja, wenn er jetzt mit seinen Mates bleibt, hast du aber ein Problem dann doch. Hup, hup. Boah, genau. Ich panic mich selber jetzt, alter. Wo bist du, Marvin? Ja. Boah. Ja, ja, Frau Kugel nicht richtig. Fuck. Falscht hast du rückt. Komm Und noch ein bisschen Energie Hilfe Alle haben Dash Das ist außer dein Nein Können sie nochmal überarbeiten Die Tuse Ja, das ist ja der Schildtyp Bei dem Range, die hat sich geblieben, hat mich zerfetzt Ja, das war ja Wenn sie es jetzt ändern, brauchst du es nicht machen Du siehst ja eigentlich, wenn ihr zusammenbleiben Ah, da war ich schon drin, hatte keinen Dash mehr Du kannst doch mal rechts unten mit Leertaste dashen Wieso? Gut Ja, war bei auch cool Gut Gut Das hat nicht sein mit Dashen Gut Ja Da musst du parryen Das war auch cool What? Das war auch cool Du bist nur reingegangen Verrückt Verrückt Ja, das ist ja mein Ute Pencer Die Kauter Da ist noch einer Ja, erholt ihn euch. Oh, ich werd hier kaputt geschlagen von diesem Drexler. Ich will die Schild geben, aber... Ey, ich hab mich doch interrupted! Diesmal nicht du, diesmal nicht du. Hast du ihn vergiftet, oder...? Ja, ja. Schild, Schild... Oh Gott, Barrier! Ach, dieses Schild ist dumm und retarded, ey. Ich hab die Maus direkt nicht, aber ich krieg das trotzdem. Oh, oh. Dumme Idee. Haha, nice. Das war mein Oldie, der eine, ne? Der ewig lange. Da bouncest du durchs Gegensatz, mit so'n Pinball. Ja. Da hat mich dann überlegt, wenn ich die F drücke... Oh, oh. Bisschen klein in die Arena. Ja, haben trotzdem noch gewonnen. Ja. 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 Ja.